Wenn die Welle wieder verschlingt, der Schnaufer schlägt und er drückt. Ciao zusammen, ich bin Richie und am 30. Juni komme ich mit meiner Band zu euch auf Oberthal an das Fest in den Höger. Ich freue mich extrem darauf, mit euch diesen Abend zu verbringen und ich kann euch eigentlich sagen, ich könnte euch freuen. Wir haben ein super Album dabei, wir haben viel Energie und wir freuen uns total auf das Live spielen. Also von daher kommen alle dorthin und feiern mit uns. Gute Zeit und bis dann am 30. Juni. Fest in den Höger.